hallo und herzlich willkommen zu der neuen runde golf with your friends und wie immer die ansage diese sendung ist für zuschauer unter 18 jahren nicht geeignet weil das kannst du wohl gern kraft ausdrücken kommen aber ansonsten macht das doch verdammt viel spaß und deswegen starten wir jetzt mal sind eigentlich alles alte gesichter bis auf luca der ist neu dabei die anderen kennt ihr ja schon extra rasiert ja heute sind wir auch mit hüten unterwegs und wir spielen kennengelernt und als extra ist nur der kollisionsmodus an wer war das welcher verdammte lappen nein da kommen kommen schon so wie lange noch luca stimmt dem wasser ja jetzt schafft das hier wird dann wenn die kamera anzertiert ist schafft das ich habe hunger auf milch schnitte das ist schon hier so ein bisschen mission in overload sehr gut an hier die sehr schön designte map ich finde sie ist sehr süß designt oh scheiße ja komm schon das gibt es auch nicht warum nicht gleich der erste schuss so das kann doch wohl sein so schauen wir dina noch mal was hast du für base cap auf dina will sie cool sein und dann komme ich da nicht mal rüber das kann doch nicht angehen danke habe ich die noch erfolgreich raus geschoben da habe ich heute abend übung drin dina rausschubsen die rache kommt irgendwann oh je jetzt habe ich angst kommst du zum treffen eigentlich die noch samstag ja ich so da kommst du ja nils ne der kommt ja wahrscheinlich auch sag mal wer war das luca war das also brüder aber ich es reichen weiter rollen nichts gebracht er ist rausgeflogen absolut nichts siehst du siehst du der mich schubst wir befinden uns in einer aufzeichnung zeichnung für ein video also nicht wundern wenn uns hier anfluchen was macht denn der mit seiner schulter schon wieder der kann ja gar nichts der phase ja weil nächste woche geht unsere saison los könnte gespannt sein was war das denn man könnte fast meinen es wäre ein hole in one gewesen sehr gut jetzt hast du tollen winkel daniel wunderbar noch mal vorbei komm das kannst du doch mal schade tschüss den regen was war zu da ganz dezent jetzt liegt der tipp ich fasse es nicht wo muss er denn hier hin oder sombrero hat auch style den da irgendjemand auf hat ja nein nein nicht aus der richtung nein nein oh man wo müssen wir denn eigentlich hin das loch das hast du gut gesagt enrico ich könnte es nicht besser beschreiben ja wenn du deine schirmkammer ein bisschen hochklappen dienen dann würdest du auch sehen wo du hin musst das hier ist das face die gedächtnis loch ja ja ich auch ich auch nämlich jetzt 75 mal angeschubst wurde irgendwie noch nicht mann 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 tschüss dina ja mach das noch mal so dina das war ein sehr guter schuss der war auch gut wer ist schon klar naja du bleibst auch noch mal liegen hehehe ha 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 so dina nimm jetzt den sicheren weg hättest du den mal gleich genommen Leute ich habe den besten platz ever gefunden naja halo bist du denn da ahahahahaha da hast du da hingekommen ja naja ja viel spaß jetzt dritte und mittel auf dem boden viel spaß da kannst du einfach quer rüber schlagen ja woll das schafft der ja nie von da du musst von parkbank zum parkbank bank wie die penner muss da rüber genau da fehlt ihm die höhe da kommt er nicht mehr hin ich war diesmal nicht ich wäre es gern gewesen aber ich war es nicht unfassbar der sombrero nein verdammt wenn er hochschießt knapp ja aber passt so ist das richtig zu machen das super du machst das gut ja genau wunderbar wir gucken mal kurz beide an hier weil es könnte bei facing noch ein bisschen dauern ja da ist jetzt mal geschafft jetzt hoffe ich das bei noch mal vorbei rollt schade 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 oh das war zu hart wer war das wer auch immer das war vielen vielen dank wie geil ist das denn bis vor das loch geschossen das müsst ihr euch unbedingt auf dem video angucken das war episch ich kann auch nicht rumspielen wie du gesehen hast so du bist ja hab ich auch gerade ja ja da sieht gut aus wo bin er denn dachte ich ach ja ja nein Schade, es hat mir gereicht, Nadine rauszudrücken. Ja. Das war ein Pech. Ich würde sagen, du hast wohl verkackt. Naja. So, Teddy, der Mann mit dem Sombrero fehlt noch. Und Faisy fällt und fällt und fällt. Ich spring rüber. Cool. Nein! Ich glaube, wir haben eine Ratte oder sowas hier im TS. Habt ihr das auch gerade gehört? Ich glaube auch. Irgendwas hat hier gekriegt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mach den Knut in den Rüssel. Oh nein! Bleib, 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 bleib. Ich hätte doch beim Kochen bleiben sollen und nicht hier beim Minigolf. Ja, sehr schön. Aber das Gute ist, Enrico ist noch schlechter. Oh, verdammt, schon wieder runter. Oh, schade, fast ein Holborn. Hallo. Wir zeichnen auf, Matze, hier gerade für Golf is your friends, also nicht ohne mein Fluch und so. Naja, das fluchen wir auch so. Wir fluchen nie. Ne, würden wir nie tun. Oh, schade. Komm, 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 komm. Oh, das gibt's doch nicht. Da kommt bestimmt noch irgendeiner. Oh, doch nicht in die Richtung anstoßen, in die andere. Ich hab dich nicht gesehen, dass du da stehst. Ja, ich weiß, ich hab mich auch gut versteckt gehabt, aber ich hatte, oh, shit, ich hab noch die Chance gehabt. Facey ist noch da hinten, der cheatet wieder, der wartet, bis alle fertig sind. Oder ist AFK gegangen und lässt jetzt die Zeit ablaufen? Dann schauen wir uns jetzt alleinhalb Minuten diesen wunderbaren Satellitenempfang an. Ernsthaft jetzt? Ja. Facey. Lass dich doch nicht so feiern, Facey. Facey, Facey, Facey. Der hat noch unten in die Menge brüllt. Ah, schade. Er kam noch mal rechtzeitig wieder. Ja. Ja, du musst erst mal hier, sagt, wir sagen, was ausrächtet, wie der Winkel wird. Aber das passt. Ja, ja. Hat ihm trotzdem nicht viel gebracht. Was war das denn? Achso. Wow. Was war das denn? Wo geht's hin? Da hat mich irgendjemand noch beschleunigt. Irgend so ein Ars. Uh. Oh. Nein, der war zu hart. Oh, nee. Der war zu weich. Das sah auch cool aus, Nadine. Aufs Wasser und hüpf. Warum nicht gleich so? Oder machst du so? Dammit. Ach, schade. Ich dachte, er fuckt jetzt so richtig hier. Ja, das wäre schön gewesen, gell? Ja. Aber leider. Er hat doch schon verkackt. Du hast zu wenig verkackt. Du kannst nie genug verkacken. Stopp! Bleib stehen, Ball! Nein! Bleib burscht! Oh, nein! Jetzt kommt mal der Scheiß, Enrico! Danke, Enrico. Das war gut. Und eingeloggt. Alter, ernsthaft. Alter, wer bremst mich denn da? Das war die Dina. Nee. Irgendjemand hat mich wieder hochgekickt. Ja, aber du hast geschossen und hast mich gebremst dabei. Ich flog gerade so nicht vorbei. Nein, habe ich nicht. Ich habe bis jetzt einen Schlag getan. Ach so, dann habe ich dich vielleicht ein bisschen doof getroffen. Tut mir nicht leid. Wir haben ja dann irgendwann die Videoanalyse, ne? Was macht Enrico da? Enrico zieht volle Bulle auf. Also den Weg habe ich noch nie gewählt. Nee, ich auch nicht. Der ist viel zu kompliziert. Sieht man, sieht sie an Enrico, der braucht neun Schläge. Hallo. Hallo, User. Hallo. Hallo. Aber Dina, auch mit Siebe. Was bitte? Wir zeichnen auf. Girls is your friends. Ach so. Durch? Nö. Okay. Du darfst du dich zu laut fluchen. Oh, ich dachte, das war die falsche Lane. Faces sind wir auf der Lige? Nee, wir sind auf der richtigen Lige. Dein Face, egal. Komm, Luca, gib mir noch einen mit. Ich werde ein Volk vom Chefkoch. Ach du Scheiße. Was hast du denn? Ey. Hey, wer hat mich jetzt angeschaut? Oh nein. Oh, stopp, stopp, stopp. Bleib stehen. Bleib stehen. Jawohl. Hahaha. Ja. Juhu. Ja. Ja. Nein. Oh. Oh. Halleluja, der Hühne. Nein. Doch. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Bleib stehen. Stehen bleiben. Nein, nein. Oh, ich bin durch. Alter, und du tippst den... Scheiße, das wollte ich nicht. Kacke, verdammte. Jeden hätte ich angestoßen, aber ich war den Dagen nicht. Diesen Penner wollte ich nicht anstoßen. Ja, Busse rechnet, hat's recht, wenn du so viel pennst. Wenn du es anders verstehst, dass du deinen Schlafrhythmus meinst, dann ist es dein Problem. Und Teddy macht den Abschluss hier. So, sehr schön. Dann sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da ihr dürft gerne auch kommentieren und uns abonnieren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da steht, wie es geht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Hallo. Träumen Sie sich von Soundgurken.